Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Demon's Souls. Letztes Mal sind wir leider gestorben. Ich habe schon wieder vergessen, wo es war. Da. Ja. Und haben unsere Waffen wenigstens aufgerüstet. Aber müssen jetzt nochmal hier durchlaufen. Und ja, wir laufen durch, um unsere Punkte nochmal zurückzuhalten. Oh. Gut gesehen von mir. Ich muss sie auch mal selbst loben. Ist ja auch was. Safe. Ah. So. Ich denke mal, der lebt auch wieder. Jo. Einfach nur beeilen. Einfach nur beeilen. Einfach nur beeilen. Komm schon. Bitte stirb einfach nur. Komm schon. Ah, war knapp. Der war auch schon fast da. Kann man den Schwung schaffen? Das ist der Weg. Ah ja. Wenn Steven das sieht. Der installiert das Spiel. Nur wegen der Nachricht. Alles Star Wars Fans. Verstehen, was ich meine. Ich hoffe, ich habe hier auch nichts über... Leute, was... Ach so. Ach, das ist ein Loot. Jo, jo, jo. Kann man das bei den Farmen? Also, doch, dass sie jedes Mal... Ich habe ihn schon zweimal gekillt. Und das hat ja jedes Mal getroppt. Huh. Au. 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 Okay, jetzt muss ich echt... auffassen oh gott oh gott gut gut aber schnell ja ihr werdet nicht gleich vergessen der wasserschleier aufpacken weniger der mensch bekommen insgesamt so und dann erhofft das nicht geläsert werde oh gott wie bin ich da durchgekommen bin ehrlich ja keine ahnung irgendwie steht doch sterben noch sachen all das punkte er zurückerlangt ok jetzt muss ich gucken wie ich hier bekomme so die blut das gut ich bin schön glaube ich hoffentlich zwei wirklich das anbiet ich habe 19 punkte ach man ich will nur zurück aber das traue mich auch nicht und das problem ist desto weiter ich jetzt gehe desto schlimmer wird es wieder die punkte zahlen ich gehe mit dir kollege ach warum ich mag diese geister nicht oh gott ich habe geblockt die waren trotzdem noch weg also ich würde nicht dumm gucken wie den fondeten ich vertraue dem spiel überhaupt nicht oh ja oh ja oh ja wo wo kann ich nicht einfach könnte ich ja war ja auch oh mein gott was hallo nein warum warum ach die spawnen ja wieder ok ja war ich bisschen das war emotional ach hätte ich wissen müssen ich ich habe schon letzte folge herausgefunden dass sie wieder spawnen ah habe ich es vergessen man egal steam wird das niemals sehen der mag die im souls nicht versteht warum so irgendwann wenn ich meine punkte habe wenn ich meine punkte habe habe ich diesen stein diese rückruf stein ich habe das hier seelen aufgeben aber ich will meine seelen nicht aufgeben vielleicht im nexus im lager ich versuchte erst mal zu kommen mal gucken habe ich irgendeinen ring blut resistent wow danke erstmal ne patch ist mir das letzte runde geschenkt geil tarnung von feinden vor schwarzem phantom das kannst du nicht machen also die alles ah das mag auch nicht da kann ich mich vielleicht ein bisschen besser durchs niek aber eigentlich nicht schon mal hier weniger der mensch bekommen schon mal gut wie like me like soll das tut sich noch ganz schnell während der schnee das muss noch sein ich sehe absolut nichts so geht das ich beschwere mich nicht ich beschwere mich nicht das spiel gibt mir die möglichkeit dankeschön spiel so wie ich meine wir das noch zehnmal machen ich glaube dann könnte ich eigentlich zum endpost durchrennen mit so vielen level ok wie mache ich das wie mache ich diese ebene jetzt ich wollte fast sagen wo auch wirklich erst mal meine punkte holen wo ist das eine scheiß funktion dass der aber wieder kommen kann oder wann kommt er denn wieder ist es so ein zeitpunkt ich glaube durch und dann wohnen hätte der mich alle das frech das ist recht okay und ich bin noch da unten gehandelt worden das ist gemein warum wohnen hätte der ich war doch gerade auch nicht von gehandelt oder hab ich geblockt bitte sag mir ich habe diesen stein noch haa sieht schlecht aus ich sag so wie es ist das sieht leider schlecht aus hallo hallo das gibt mir das so ich brauche nicht zweimal denselten ich glaube ich habe den nicht mehr verkaufst du den näher nicht hm wie kriegt die 20k da raus warum schützt sie da hinten Patches kürzer alter er verkauft den ich hasse ihn warum verkaufst du es das auch 60k 60 das kostet wie viel 5000 jajaja du mich auch du mich auch nichts davon ist gestohlen ich weiß ja nicht wie viele punkte das sind alles aber ich nehme die die und nur die in hoffnung dass es reicht ich benutze alle 25 weil oh oh okay das wusste ich nicht ah ja ich bin halt einfach ein genius alles erwarten hat das 5k gib mir ein ich dachte ich habe 25 ich dachte die sind alle was ich dachte ich bin richtig reich so das will ich haben du verkaufst die das finde ich gut das ist sehr gut Patches sehr sehr gut hm oh und wenn dann nur nein so man nur 10 davon nur 2 ich weiß das hat es was gebracht sei mal ehrlich hat es mir gerade geholfen ich glaube nicht ach komm ich behalte aber nochmal ich muss ja so durchlaufen und ich habe eine chance quasi weil ich habe nicht nochmal 5.000 die ich mir so leicht ziehen kann quasi also meine pfeile leiden noch gut runter oh gott der rechts ist so nah der rechts ist sehr nah glaube ich auch nicht geht das geht doch ich bin fast runter gefallen irgendwo in irgendeinem FromSoftware Spiel ist mir schon mal passiert gab es auch so welche Treppen und dann bin ich nicht zu schnell gegangen und runter gefallen ich glaube Elden Ring war das ja ich glaube das war das Spiel ich meine okay das Spiel hat auch so geile Bosse gehabt aber auch so ätzende Bosse ich bin ja nicht von oh wie hieß sie ähm boah hier der schwerste Bosse der Welt von FromSoftware die sich immer selber geheilt hat und sich immer verrottet hat oh wie hieß sie nochmal Mikkela an the blade of Mikkela ah keine Ahnung irgendwie so irgendwie so und dann fall ich runter leck mich am Arsch und dann fall ich runter neiiiin ja gut okay oh oh ups bin ich leicht ans Mikro gekommen ich wusste dies ich wusste dies ich hasse dies Gebiet ich wusste es ach komm mach nicht diesen mach nicht diesen mach nicht diesen wow ach komm die Sekunde hätte er warten können ja ok warte dann brauche ich eigentlich auch keine Tarnung mehr hier ne kann ich ja wieder die Regeneration wieder nehmen ich habe glaube ich noch gar nicht von meinem Schwert zugeschlagen das ist wirklich eine Farm ich habe noch meinen Schwert hochfarm nächste Folge plus 10 ja ich habe ein bisschen gespielt eh zu viel Zeit habe ich leider nicht um das durchzuziehen Steven könnte sich das immer vorstellen er kann das machen er hat unendlich Zeit der Typ so jetzt habe ich ein Problem natürlich blocken die mich auf dem Weg tschömedö 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 ich wollte gerade sagen Alter wie lange rollst du denn noch und dann stagern nämlich alle ok Alter ich gebe zu keine Ganzleistung also ich war mal besser aber das ist rigged habe ich nicht mittlerweile wieder warte mal warte 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 habe ich nicht mittlerweile wieder Dunkelmondsteine 6 Stück ja ich brauche doch nur 6 ah ich hole die Seelen dann gehe ich wieder zurück dann lasse ich das erstmal hier in Ruhe weil die Skelette nerven das ist kein Aufgeben das ist einfach nur erstmal ne ich möchte was anderes vom Spiel sehen ich nenne es mal so und außerdem ich kann das ja jederzeit hier farmen also ich sehe die Stelle mittlerweile mehr als farm ich habe keine Ahnung ob man mich gehört hat darum sage ich nochmal ich sehe die Stelle mittlerweile einfach als farm ich regiere sie einfach fast 5k ja ich weiß 4 4500 ja ja aber ich meine auch da hinten also wenn ich halt weitergehe in ersten wie sind das 3 minuten vielleicht könnte ich 5000 haben mache ich halt keine stunde oder so und dann easy easy dass ich genau so rolle wie er ist auch natürlich geil das ist ein hiehie hau trug da bin ich gehalten alter what was ein escape das war fett Und ich benutze jetzt nicht meinen Stein. Wir laufen einfach den Weg. Ich möchte echt wissen, ob ich den... Na. Na, oder? Ich meine, den Shotgun auf dem Dach hat man auch geschafft, aber das nicht. Nee, nee. So weit kann man nicht springen. Das ist ein anderes Spiel. Hätte ich gesagt, okay. Ja. Aber, nee. In... Nicht in dem Spiel. Das Spiel gönnt ihr nichts. So. Gehen wir dann erstmal in den Nexus wieder zurück. Dann würde ich sagen, leveln wir noch einmal. Ja, den würde ich auf 24 hoch erstmal setzen. Also, na. Erstmal, die ich zählt, das auf 24. Dann würde ich wahrscheinlich auf Kondition und... Ja. Vitalität gehen. Um Leben und Ausdauer ein bisschen hoch zu boosten. Wahrscheinlich auch mehr Ausdauer. Und dann, ja. Mal gucken. Das heißt, das doch ganz schnell machen. Wow. Natürlich fährt der Armee vorbei. Ich muss ein bisschen auch sagen. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt so schwierig ist. Ich habe das Spiel ein bisschen schwieriger im Gedächtnis. Ui. Also, fünfmal ihn killen. Dann habe ich es auf plus drei. Aber, genau. Ich weiß nicht, ob es jetzt... Ich würde sagen, es ist schwerer als Elden Ring. Bislang. Das auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, es ist... Ist es schwieriger als Dark Souls? Ich glaube, Dark Souls 3 fand ich härter. Vor allem den Anfang. Ich meine, ich kann mir aussuchen, wo ich hier möchte. Welches von den drei Gebieten. Oder halt, je nachdem. Da Progress machen. Ich habe mich jetzt halt für das entschieden. Ein bisschen habe ich auch hier gemacht. Ein bisschen da. Also, ne. Ja, aber ich glaube... Ansonsten... Okay, natürlich ist Sekiro... Top bei mir. Weil das Spiel haben wir nicht durchgespielt. Das schaffe ich nicht. Bin ich leider... Ja, ich weiß, geht gut. Ich weiß. Ich weiß. Aber, ne. So gut bin ich nicht. Und ich glaube, bevor ich die Folge beende... Ich gucke mich im Nexus mal um. Ob es neue NPCs gibt. Hier erstmal nicht. Hast du was Neues im Angebot? Ne. Ah, schön will ich. Weil... Irgendwie... Weiß ich nicht. Ich bin jetzt der Zauberer, aber... Ich finde keine... Neuen Zauber. Alter. Und ich meine, das ist so ein... Großes Gebiet. Als ob hier einfach alles leer ist. Glaub ich nicht. Irgendwas muss hier doch mal sein. Ich meine, einmal waren hier diese... Diese Puppe ist ja hier oben. Da war ich ja bei meinem... Nicht-Commentary-Video. Achso. Aber sonst ist nichts. Ah, ich will nicht weiter nach oben. Da oben wird es nicht sein. Aber krass. Ach ja, es gibt ja dieses Jump'n'Run hier, ne? Aber was heißt Jump'n'Run? Einfach... Das ist halt... Ne. Niemals. Und ich muss sagen, bislang die Mucke ist schon geil. Also... Sehr geil. Wie immer. Eigentlich. Wie in jedem Promft-Software-Spiel. Die können das einfach... Deren Spiele sind einfach absolut geil. Es dauert, bis sie rauskommen. Aber man merkt, die geben sich Mühe. Ich meine, allein optisch sieht das Spiel halt schon... Oh. Wow. Das Spiel sieht halt schon optisch richtig krass aus. Also optisch kann man meiner Meinung nach nichts gegen die Spiele sagen. Gameplay-technisch, ja, okay. Man muss sich halt dran gewöhnen. Man muss halt besser werden, ne? Jedes Mal. Um... Um... Um-Bassa. Du mir auch. Ach, du bist es. Und ihr... Was habt ihr für einen Nutzen? Was ist diese Ecke hier für ein Loser-Verein? Und hier sind die Händler. Die mir auch nichts Neues anbieten. Ausrüstung... Ach ja. Da war ich ja gerade auch... Nee. Auch nicht. Nichts, besser gesagt. Obwohl, das hier ist eigentlich... Es blockt doch 100% Schaden. Ja, mal. Ich blockt nur 90. Also... An sich. Dreiecksschild, wo haben wir gekauft? Stonks. Ja. Kann auch parieren damit. Äh, nicht, dass ich es kann, aber... Ich kann es. Nein. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, beende ich die Folge hier. Ah. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.